moin moin und willkommen zurück zur weiteren folge cuphead für die switch und wir haben in der letzten folge ein weiteres fluglevel geschafft was natürlich schon ziemlich cool war was auch sehr nervenfreienbar deswegen gehen wir jetzt mal weiter also hier diese abkürzung kennen wir ja schon da konnten wir nicht so viel machen außer das hier befreien sozusagen das gibt es noch durch müssen aber zurückgehen und vielleicht dieser pyramide da gehen hier oben gibt es nichts mehr also haben noch eine pyramide hier die wir machen können und noch gibt es noch einen rollercoaster noch mehr wo kommen wir jetzt auch noch längst hier gibt es in all euren kämpfen all meinen reimen wurde die 177 mal zu gebeinen ich bin schon 177 mal gestorben nicht verkehrt oder 177 mal das ist schon eine leistung also eine schlechte leistung das gebe ich zu aber trotzdem gut nehmen wir mal den hier ist normal karneval krawall ich bin gespannt okay okay aber dann muss man kann man ja ein bisschen drüber springen und oben die enden nicht trifft und da oben noch drauf aufpassen aber er ist weg ne ist nicht weg ach du scheiße das geht hier ab haja hier ab für eine 12-Battles! Du bist auf! Guten Tag für eine 12-Battles! Hier geht's! Oh nein, ist auch zu früh gehüpft. Oh! Das geht nicht, okay. Alter! Okay, der ist wirklich nicht so simpel, glaube ich. Warum mal? Ach, scheiße, wirft uns Dinger über mich. Vielleicht gesehen. Oh! Shit! Einfach mit dem Schuss hier. Okay, aber es ist, glaube ich, gar nicht so... ...her. Also das stück mit der Bahn, mit der Geisterbahn da. Gucken wir mal. Warte mal, ich muss auch oben die Enden schon mal anballern, damit ich da nicht gegen kann, wenn die sich drehen. Aber nicht schlecht. Ah, da bin ich nicht aufgepasst! Mann! Das ist richtig schlecht! Geh zu! Nein! Ah, ich habe zu früh gesprungen! Ah, zu spät gesprungen! Okay, wir gucken uns trotzdem weiter an, dann können wir mal gucken, was es da noch so gibt. So! Na komm! Oh, Mist! Aber ich bin oben schon mal gekillt! Gucken, wie weit das war! Jetzt, weil die Station da ist, ne? Oh, die! Oh, die! Oh, Mist! Highlight! Aber ich glaube, ich könnte da ganz gut hinkommen! Warte mal, wir probieren es nochmal an! Nein, ich springe immer zu früh! Jetzt springe ich zu spät, dann müssen wir nochmal machen! Ich springe zu früh oder zu spät? Ach, normal! Oh, ach! Doch gar nicht! Das ist aber... Das gibt's auch gar nicht so... Also, der hat so ein ganz merkwürdiges Timing, das Ding, finde ich! Der Ball ist sicherlich rüber! Hier geht's! Oh, ach! Mann! Das ist, weil man auf beides achtet! Ich dachte, oben und unten... Ich guck dann oben und seh dann... Ach, scheiße, unten ist ja auch noch der! Und dann bin ich schon wieder tot, ne? Und wir gehen! Oh! 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 Da hinten kommen schon die Geisterbahn! Das ist ja cool, dass man das schon sieht, dass es hier kommt! Oh, Mann! Oh, das gibt's doch gar nicht! Muss irgendwie möglich sein! So! Dann geballert! So! Rrrr! So! Dann hier oben schon mal abschießen! Damit der... So! 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 Spiel doch mal! Das ist ja möglich, war ja. Brawl ist ein super mit continuous investigator. Aus diesem Vorfeld, xD Sch prophets, hast den opportunities für diese because of the scene, und wir sind getreinf昇, sein Jeanotal. Das ist ja möglich! Zu spät und we müssen springen. Das nervt. Obwohl wir schon weiter Abstand haben und besser springen können. Du willstquel nicht? Oh, der war natürlich klar, dass der da kommt. Bescheuert, aber naja. Können wir gleich noch hieraus was lernen. Oh Mann. Okay. Alter. Good day for all. Well, you're up. Oh. 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 das ist unser amulett was wir benutzen können das habe ich noch gar nicht so oft genutzt aber man könnte so machen und gleich woanders sehen wir das machen wenn er kommt ich habe mich mal ein bisschen nach dem Weg ich habe die Ausbildung jetzt gehen wir hier ist ein Mann ich habe die Ausbildung ich habe die Ausbildung ich habe die Ausbildung ich habe die Ausbildung Oh! Oh! Oh Mann! Nein! So schlecht. Echt? War schlecht, oder? Oh! Diesen Zug ist noch zu schissern zu laufen, Weiß auch nicht warum. Schade! Das gibt's nicht! Hüpf doch! Oh! 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 So! Oh, ich wunderbar auch nicht. Er denn? Ah! Nein! Ah! Okay! Wusste ich jetzt nicht, aber... Wozu? Das heißt, muss doch nur gelöst, aber... Geht's, oder? Oh, gut! Ja, gut! Nein, wir haben ihn. Blöder Spast. Ah, Karnevalismus, Spacko. Hat aber auch gedauert, ey. Super, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Oh, warte mal. Wir schauen uns auch an, was freigespielt wurde. Oh, da kommen wir jetzt durch. Ja, trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.